Dan Vinci und das fast geniale Vermächtnis des Leonardo An seinem 13. Geburtstag bekommt Dan Vinci von seinem Großvater ein überaus merkwürdiges Geschenk. Ein Geschenk, was seine Eltern, die leider mittlerweile verstorben sind, dem Großvater zur Aufverwahrung gegeben haben. Und am 13. Geburtstag soll Dan dieses Geschenk bekommen. Das ist etwas Merkwürdiges, denn es ist eine Art Würfel, aber Dan weiß nichts damit anzufangen, gar nichts. Er findet es merkwürdig, er hat das Einzige, was er daran schön findet, ist die Nachricht, die daran steckt, denn die ist halt von seinen Eltern geschrieben. Kurz darauf passiert etwas noch Außergewöhnlicheres. In der Schule bekommt Dan einen Besuch von einem Offizier. So sieht es jedenfalls aus. Er hat mehrere Abzeichen oben auf der Schulter. Und dieser Offizier lädt Dan und seinen besten Freund dazu ein, in den Denkkessel aufgenommen zu werden. Der Denkkessel ist ein Unternehmen, wo Jugendliche, Kinder und Jugendliche ab dem 13. Lebensjahr, ihre Bestimmung folgen können. Und Dan hat schon so viele unglaubliche Erfindungen gemacht. Nur leider funktionieren sie meistens nicht so, wie er das gerne hätte. Dort im Denkkessel hätte er die Gelegenheit, diesen Erfindungen wirklich den letzten Schliff zu geben. Und gesagt, getan. Er zieht in den Denkkessel mit seinem besten Freund und trifft dort erstmal auf Kinder, die alle berühmte Vorfahren haben, wie zum Beispiel trifft er auf Amélie Curie, er trifft auf Julia Verne, die von dem berühmten Schriftsteller Jules Verne abstammt, er trifft auf Wotan Antonin Mozart, er trifft auf Katharina die Kleine und er trifft allerdings auch auf etwas, was merkwürdig ist, nämlich auf eine Halluzination, die sich Harry nennt. All diese Sachen finden im Denkkessel statt. Was da aber noch alles für schräge Sachen laufen, da müsst ihr euch selbst von überzeugen. Lest dieses Buch, es ist großartig. Viel Spaß damit. Lest dieses Buch, es ist großartig.